Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei The World Among Us. Wir starten heute mit der zweiten Episode Schall und Rauch. Und wie gesagt, die spiele ich jetzt komplett blind. Die habe ich nie gespielt. Ist das quasi, was in der ersten Episode geschehen ist? Ja, ja, Faith. Oh, nein. Nicht unterdrücken, Frau Snow. Du hast mir eine Frage gestellt. Nicht verändern das Thema. Du bist für die Unbezucht, Frau Snow. Oh, nein. Nein, ich bin D. Er ist dum. Broads. Aber sie sagten, wenn Wood das immer wieder zurückgekommen ist. Wenn er immer glaubt, dass du dich erinnerst, oder Frau White, dann wird er zurück und verletzt meinen Porn. Ich bin nach dem Woods, Mann. Na, er ist nicht hier. Wie gesagt, in der Situation habe ich ihnen das schon geglaubt. Zack. So, zwei Minuten gegen das Hitze des Previosly, Delta Games präsentiert, in Zusammenarbeit mit Vertigo und DC Entertainment, der Rest konnte ich nicht mehr lesen. Ah, das hat was. Das sieht cool aus. Aber kann man schon Angst kriegen, so ein bisschen? Ach, stimmt, da liegt der A, genau. Von Schneewitsch in der Kopf. Der Kopf lag ja trotzdem da. Boah. Aber du hast Zeitbezirk am Nachmittag darauf. Ich muss die Frage stellen, du kannst nach Hause gehen. Vielleicht ein bisschen schlafen. Wie fühlst du dich? Ich weiß, es ist eine lange Nacht für dich. Du siehst, wie du ein bisschen Rast benutzt. Ich muss sie nur aufhören. Ich bin besser, wenn ich finde, wer das getan hat. Was ich hier nicht tun kann, während ich hier sitze. Wir wollen das gleiche Sache hier, Bigby. Sicher? Rauchen. Wir rauchen einfach weiter. Das ist sehr hilfreich. Danke. Danke. Irgendwie kann ich die schon nicht leiden. Irgendwer sagt mir, ich kann sie nicht leiden. Woher guckt er hin? Warum kriegt sie ihn aus und bluten? Da ist noch mehr. Ja, du hast es einfach gesperrt. Du hast es in deinem Gesicht. Hast du ein Tissue oder was? Detective Branigan? Ich höre auch sowas. Aber... Ähm, okay. Was geht denn da ab? Äh, hallo? Crane? Was geht hier vor sich? Ah, das waren die richtigen Bullen und keine Fable Bullen, sag ich jetzt mal. Ah, okay. Ah, okay. Macht Sinn. Ich habe jetzt letztens auch gesehen, dass die Comics Fables verfilmt werden sollen. Entweder war es ein Regisseur, den sie jetzt schon gefunden hatten, oder ein Drehbuchautor. Ich glaube, ich glaube, das war eine Regisseur, den sie gefunden hatten. Ich glaube, das war eine Frau. Jane Goldman, oder so, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall, der ist auch wohl verfilmt, ja. Fables. Könnte eine interessante Verfilmung werden. Ich kenne zwar die Comics nicht, aber... So, das Spiel, äh, fetzt schon. Das basiert ja auch auf den Comics. Das ändert aber gar nichts, genau. Das ändert gar nichts, genau. Okay. Wir, ähm, haben wir gefunden, Tweedle Dee zu einem Post, das war dein, was du gemacht hast, korrekt? Ja. Hm. Ich weiß nicht, warum du ihn verfilmst. Tja, er hat einen Bruder, genau. Hat er auch keiner gesagt. Also ich heb jetzt nicht. Wenn Bigby das denkt, also ich gehe davon auch nicht aus, aber... Trotzdem ist es schon merkwürdig, weil der Uli hätt's auch nicht tun können. Irgendwann nicht an Schneewittchen, weil er war ja bei uns. Wahrscheinlich. Er vermisst sie? Für die Drecksarbeit, oder was? Was darf er wieder alles tun? Du kümmerst dich nicht durch, es ist... Äh, irgendwie ignorieren ihn. Ich hab keinen Bock, eigentlich. Unsere Storien sind so einfach. Wir hatten ein Beginn, ein Mittelfeld und ein Ende. Aber seitdem wir in dieser schuldigen Stadt geändert haben, hat alles so verstanden. Hm. Nicht wirklich... Sie wollte etwas ändern. Ich hab's gesagt, sie könnte manchmal aus wie schuldig kommen, aber sie war es nicht wirklich. Sie sagte, dass sie Dinge verändern wollte. Und es ist leichter für die Fable, um Hilfe zu bekommen, wenn sie es braucht. Ja, was los? Was guckst du so? Huh? Crane? Ich weiß nicht, was noch zu sagen, Bigby. Wir müssen... Wir müssen einen Enden an das. Es waren zwei Mörder in so vielen Tagen. Aber wenn wir nicht unsere Kulpern haben, dann wird es sicherlich noch ein anderes auf unserer Türsteppe heute Abend. Ich werde es getan. Bitte, Bigby. Für Frau White. Ich habe es. Oh. Ja, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Crane auch was damit zu tun hat. Das ist nicht eine sehr gute Antwort, ist es? Komm mal. Just sag mir, was ich will wissen. Blaubord ist das, ne? Ich dachte, dass du wirklich liebst, deine kleine Kugel aufzunehmen. Was in der Hölle denkst du, dass du das machst? Hallo, Ichabod. Sheriff. Bleubeard. Ich war gerade mit unserem neuen Freund. Du solltest warten, um uns zurückzukommen. Ich habe dir gesagt, wenn du involviert bist, wirst du Dinge mein Weg machen. Keine Verzögerung. Was auch immer du sagst, Ichabod. Hallo, Bigby. Hallo, Tweedledee. Was hast du Antworten, Dee? Oh, Goody. Das ist kein Scherz. Hat da auch keiner gesagt. Warum warst du bei Faith? Was führst du zum Schilde? Wer ist dein Bus? Warum warst du bei Toad? Warum warst du bei Toad? Ich meine sie ernst. Ich bin nicht hier draußen, Dee. Okay, Dee. Wir werden uns kennen. Na? Das ist... Achso, einfach der Kopf, ne? Na, guck's dir an. Du kannst uns helfen. So könntest du dir auch ergehen. Wenn du mir nicht erzählst, wer das gemacht hat, dann werde ich sicher, dass du den gleichen Weg endest. Mord auf deinem Türkei. Fertig? Ich habe dir gesagt, ich habe sie nicht töten und ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Sie renzt sich, ja? Sag mir einfach, was du an Toad gemacht hast. Schau, Bigby. Wir sind nicht auf der anderen Seite hier. Mein Bruder und ich versuchen, zu den Boden zu kommen. Gleich wie du. In die Ferne. Wo war er letzte Nacht? Ich kann nicht sagen. Er könnte sein, woher. Take your best guess. Er hat nicht getan, wenn das was du denkst. Dann woher ist er? Nein, ich werde dich nicht nach meinem Bruder. Schau, ich habe deine Frage answered. Kann ich meine Sachen zurück? Nein. Was hast du gefunden? Oh, nichts. Keine conséquence, wirklich. Na. Geld oder Zigarre. Und Whisky. Ein schönes Bündel Geld. Wir schenken es mal ein. Er freut sich. Er hat sich. Ja, ja. Ecke bünd. Ja, ja. Ecke bünd. Ecke bünd. Schau, Mann. Ich würde dir helfen. Ich würde. Aber ich kann dir nicht sagen, wo er ist. Die letzte Mal, als ich ihn sah, haben wir gesplitzt. Und ich ging, um Faith... Na? Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber er hat niemanden. Du ging, um Faith's was? Ihr Apartment. Ich ging, um ein Apartment. Das ist kein Schreck. Er hat mich gesehen. Nein, es gibt noch mehr zu. Du sagst, dass du etwas zu finden hast. Na? Okay, Dean. Was hast du von Faith? Entschuldigung, ich kann dir nicht helfen. Ich sage nichts mehr über das. Das ist ein bisschen alt. Nehmen wir mal die Zigarre. Oh ja, hm. Blasen, wir rauchen sie. Ich drücke die Zigarette auf die aus. Äh, was machen wir denn? Ich würde am liebsten bei ihm ausdrücken. Machen wir einfach mal. Ich weiß nicht, was... Das würde ich einfach gerade so gerne tun. Was machst du? Ich habe Antworten. Hey, ein bisschen Zuckerbrot, ein bisschen Peitsche, hm? Diebel? Deshalb hat sie nur... Hat sie dich bestohlen? Was hat sie... Hat sie dich bestohlen, genau? Sie hat nichts von mir, Jackass. Es war von meinem Boss. Du denkst, ich habe nichts, was zu bestohlen? Dein Boss. Na? Verplappert die? Mal sprechen über deinen Boss, dann. Komm mal, Dean. Es ist klar, dass du nur die Veränderungen folgst. Also, wer kenne die Schmerzen? Nein, ich bin fertig. Aber ich nicht. Was haben wir hier noch? Mit der Hand? Riemen, schlagen und nochmal reden. Den Whisky haben wir ja noch. Sagt doch keiner, oder? Bietet dir etwas zu trinken. Na, willst du einen Schluck? Es war nötig. Was denn? So läuft das. Und, Kelly, jetzt ein bisschen feuchter. Belle? Wieso Belle? Wir lassen mal reden. Wer sagt das? Oh, Mann. Stopp this right now. You enjoyin' yourself. Also, das muss nicht sein. Weil das wirklich nicht sein muss. Weil, äh, nee. Das... Ah, kommt ein Leid rein. Was? Was? Nee. Schnee. Hä? Wie jetzt? Hä? Was ist denn da, Phase? Da hat doch irgendwas... Da kann irgendwas nicht hinhauen. Sie war doch tot. Der Kopf war doch... Hä? Aber die hat gerade so aus so merkwürdig geguckt. Ist das wirklich Snow? Glaube ich mal so gar nicht dran. Ich bin jetzt schon verwirrt. In der ersten Folge der zweiten Episode und ich bin schon verwirrt. Äh... Was? What? Ja, Smoke and Mirrors. Schein und Rau. Äh, bin ich... Also, das ist ja echt... Wah! Sehr irritierend. Äh, ich dachte, du wärst tot. Ganz einfach. Ich dachte, du wärst tot, Snow. Und das macht's okay? Wieso wir? Glaube hat die Scheiße gemacht. Wir haben... ...mehr Zuckerbrot als Peitsche gegeben, ja? Ich hoffe, es war dein Zeitpunkt. Wie kann es sein, dass du am Leben bist? Genau. Okay, you're gonna have to explain this, cause I'm really not getting it yet. Okay, das ist nicht deine Aufgabe. Ich hätte da sein sollen. Ich... Okay, das ist nicht deine Aufgabe. Ich hätte da sein sollen. Ja, aber trotzdem, wieso lag dein Kopf? Hallo? Ich verstehe es nicht. Ist okay. Okay, äh, befreulich, dass du am Leben bist. Ich mag Snow White einfach. Ich auch. Ich will nur auf den Boden kommen. Ich fühle mich einfach... Was ist das? Ich fühle mich einfach... Ich fühle mich... ...verantwortlich, in einer Weise. Sie sah einfach wie ich. Und vielleicht ist das, warum sie getötet wurde. Tja. Okay, äh, es ist jetzt blöd, aber ich möchte jetzt hier gerne Feierabend machen. Ich sehe gerade wegen dem Märchenbuch neue Einträge. Ich hatte ja schon einen Kommentar bekommen, wie ihr habt, das vorgelesen werden soll. Werde ich dann auch demnächst tun. Aber jetzt nicht mit diesem Part, vielleicht mit dem nächsten Part zu anfangen. Ähm, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieser erste Part der zweiten Episode gefallen. Und ich halte dann hoffentlich beim nächsten Part wieder ein von sowohl von Mangas. Bis dahin, macht's gut. 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 Gut.